Hi Leute, ich bin Amazing Ace und das ist Ryu aus der Street Fighter Saga, powered by the Euronerd. Ja Freunde, ich freue mich euch heute die Street Fighter Figurine Collection von Fanhome vorstellen zu können. Bei diesen handelt es sich um Abo-Figuren, die ihr monatlich erhaltet und hier beginnend mit Ryu für 1,99 Euro in der Erstausgabe. Kurz über Fanhome, diese arbeiten eng mit der Unterhaltungs- und Spieleindustrie zusammen und bieten euch über diverses Infomaterial tiefe Einblicke in eure Lieblingsfiguren. Ja Leute, lasst uns die Verpackung mal ansehen. Wir sehen schon Ryu in der Fensterbox, wie er einen Energieball formt. Unten der Hinweis auf Ryu und nochmal der Hinweis auf Fanhome. Ihr habt oben drauf das Street Fighter Logo nochmal und hinten nochmal ein cooles Artwork mit den bekannten Kämpfern aus der Street Fighter Serie. Ja Leute, und ihr wisst, jetzt schalte ich um in die Ego-Perspektive, sodass ihr näher am Geschehen dran seid und alles näher betrachten könnt. Bis gleich. Als erstes haben wir hier ein schönes Poster, das uns auf der ersten Seite eine Auswahl an den bekannten Kämpfern in schönem Artwork präsentiert. Wir haben hier eine kleine Info zu Ryu und seinen Freunden und den Rivalen und wir öffnen das natürlich weiter. Das ist unsere Figur, die wir uns gleich näher ansehen und die weiteren Figuren, die noch kommen werden. Also das wirklich schön gemacht. Auch weiter unten noch Infomaterial zu den Kämpfern. Und das Schöne ist, Leute, schaut mal hier, die Figuren sind handbemalt. Also das finde ich extrem cool, wenn Figuren wirklich handbemalt sind und das zu einem so fantastischen Preis. So Freunde, ich muss das Ganze mal ein bisschen verstellen. Schaut euch das Poster an. Ein wirklich schönes Artwork werde ich mir definitiv hinhängen. Wir haben hier ein Poster von ca. 83,5 x 55,5 cm. Also schon wirklich, wirklich ordentlich. Wenn ihr euch das Ganze in einem coolen Rahmen packt und hinhängt, sieht das natürlich absolut fantastisch aus. Ja, das war noch nicht alles. Und als zweites gibt es hier ein DIN A4 Infomaterial. Allerdings ist das Ganze in Englisch gehalten. Es ist ja auf jeden Fall schön bebildert, wie ihr seht. Wir haben hier wirklich tiefe Einblicke in die Welt von Riu. Hier haben wir nochmal ein wirklich cooles Artwork von ihm. Auch das sehr ordentlich gemacht. Und so habt ihr einiges an Infomaterial. Und das Ganze auf zwölf Seiten. Und auch das, Leute, auf der letzten Seite etwas blasser dargestellt. Unsere Figur. Und hier, Leute, ist Riu. Und das, was sofort auffällt, ist vorne der Energieball. Hadouken! Ihr kennt das aus dem Spiel. Also wirklich, wirklich fantastisch. Ich erinnere mich noch an früher in den 90ern, als ich das erste Mal Street Fighter gespielt habe. Damals noch auf Super Nintendo. Ich war begeistert, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit meinem Kumpel da ran gesessen bin. Aber es war einfach großartig. Die Figur missen wir. Es sind circa 10 Zentimeter. Und ab Energieball bis hinten zum Rücken 7 Zentimeter. Und das Ganze wiegen wir. Und kommen auf ein Gewicht von ordentlichen 84 Gramm. Top. Für den Preis der Erstausgabe sowieso top, Leute. Da macht ihr gar nichts falsch. Widmen wir uns erst der Unterseite. Ihr seht schon den Hinweis hier auf Capcom. Und nochmal der Name der Figur. Und die Standfläche ist hier, ihr hört es, aus Plastik. Und es handelt sich hier um keine bewegliche Figur, sondern um eine feststehende Figur, die sich aber jetzt schon ordentlich top im Regal machen wird. Wir kommen zum wichtigen Part. Und das ist der Hinweis auf die Handbemalung. Also, wenn wir eine Handbemalung haben, davon erwarten wir natürlich einiges. Wir fangen an von unten nach oben. Und hier sind sofort, sein Fuß ist schön zu sehen. Wir erkennen hier die einzelnen Zehen, die Knochen darunter und auch die Adern. Also, top gemacht. Und wie wir es von der Figur kennen, es ist ja Anime, die Füße etwas breiter. Und wir gehen hoch und sehen originalgetreu den zerfetzten Ghee unten, die Hose von seinem Ghee. Und auch das, die Faltenbildung, wirklich top. Die Bemalung, wirklich top. Es ist hier, Leute, aber kein rein weiß, sondern hellgrau. Weiter hoch geht es zum Ghee-Oberteil. Auch hier schön die Faltenbildung dargestellt. Er ist hier auch in Bewegung. Sein schwarzer Gürtel. Und ihr seht auch hier, auf dem schwarzen Gürtel haben wir noch japanische Inschriften. Und die Schriften sind in Gelb gehalten und gar nichts ist hier drüber gemalt. Weiter hoch. Sein Ghee ist ja, so wie der auch von Ken, immer zerrissen. Oben, also halt keine langen Ärmel. Und seht euch mal die Muskeln an den Schultern, an den Arm, an den Unterarm an. Die Farbgebung der Haut übrigens, wirklich gut gelungen. Genauso wie auf der anderen Seite, mündet in den roten Handschuhen. Auch hier, Leute, ist nichts drüber gemalt. Wir erkennen eine Inschrift. Und ihr seht auch diese Inschrift in schwarz auf weißem Hintergrund. Und wie gesagt, die Handschuhe in rot. Also eine toppe Malung, wie versprochen von Fanhome. Und vorne der Energieblitz, der in einem transparenten Aquamarin ist. Und hier mit in weißem Silber, in diesem glutweißen Silber dargestellt ist. Also wirklich fantastisch. Und ihr seht auch sein Stirnband in rot. Wie es durch seine kräftige Bewegung, die er nach vorne macht, um den Energiestrahl zu erzeugen, nach hinten weht. Auch hier die Bemalung top, die passend zu seinen Handschuhen ist. Und auch hier, die Haare sind wirklich top. Wir erkennen die einzelnen Strähnen. Und Leute, guckt mal hier sein Gesicht. Seht euch das mal an, wenn er aggressiv sein Energieball formt und Hadouken rausschreit. Großartig. Wir erkennen hier die Augenbrauen, die Augen, das Weiße in den Augen und die Pupillen in Schwarz. Und auch hier ist die Bemalung wirklich top, top gemacht. Und wir können auch hier die muskelbepackte Brust erkennen. Also Freunde, zuerst einmal bin ich begeistert von der Figur. Da es für diesen Einstiegspreis von 1,99 Euro eine vernünftig bemalte, sogar handbemalte Figur gibt, die für mich größentechnisch vollkommen in Ordnung geht. Und aber auch gewichtstechnisch top dasteht. Sie wird sich im Regal einfach super machen. Sie haben Rio wirklich gut getroffen, so wie wir es auch aus der Serie her kennen. Leute, bleibt dran. Auf der rechten Seite findet ihr noch viele weitere Videos. Auch mein Video zu Naruto aus der Figurine Collection. Bis demnächst, let's collect!